in diesem video geht es um spartenmaschinen finden wir wieder im stopmenü unter fahrzeuge bodenbearbeitung und spartenmaschinen hier haben wir die einzige spartenmaschine also für mich ein kurzes video das ist die pharmax rapid 450 trailt hat ein gewicht von 7,5 tonnen empfohlene motorleistung sind 200 ps arbeitsbreite sind 4,5 meter arbeitsgeschwindigkeit acht stundenkilometer und bereifung hat die m 600 funktioniert wie ein sparten das ganze dicht quasi im boden ein und lockert den boden auf gut dann war es das auch schon mit dem video ich bedanke mich fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat könnt ihr ein like da lassen könnt meinen kanal abonnieren und wir hören uns dann im nächsten video wo es wieder nur um eine maschine geht aber danach geht es wieder weiter mit bodenaufwertungsgeräten da sind dann wieder mehrere maschinen im video